Entdecke die Kirche, erlebe die Messe. Unter diesem Motto präsentiert sich die Eleganz 2012. Als einzige Hochzeitsmesse, die in dem traumhaften Ambiente einer Kirche stattfindet, finden alle Besucher Themen wie Mode für Braut und Bräutigam, Styling und Make-up, Trauringe, Blumendekorationen, Hochzeitstorten, Weddingplanner, Hochzeitsgeschenkideen, aber auch Hochzeitsfotografien und den Hochzeitsfilm. Am Sonntag, den 29. Januar, hat jeder die Möglichkeit, sich von 10 bis 19 Uhr auf mehr als 1100 Quadratmetern Ausstellungsfläche in der Johanneskirche Magdeburg umfassend zu informieren. Alle Aussteller und Termine der Brautmodenschauern finden Sie im Netz unter www.eleganz-hochzeitsmesse.de.